Es geht hier um die Fine Art Prints, die Fotos, die Sie hier sehen auf Blütenpapier. Die sind entstanden so um 2015. Ich habe Fotos gemacht von meinen Arbeiten, wie ich überhaupt immer Fotos gemacht habe, aber ich war auch immer unzufrieden mit den Fotos, weil ich nie das darstellen konnte im Foto, was ich wirklich gesehen habe und ich wusste gar nicht, warum eigentlich. Und in dieser Phase habe ich wieder Fotos gemacht und habe die Fotos aufs Tablet getan und in dieser Bewegung, wie man die so einfach vergrößern konnte, wurde mir dann bewusst, dass ich es so sehe. Also diese winzigen Kleinigkeiten, die Ereignisse, die in so einem kleinen Schälchen passieren, die finden in meinem Kopf ganz groß statt. Also vor meinem geistigen Auge sozusagen sah ich die riesig. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich diese Fotos einfach vergrößert habe und gesehen habe, ja, genau, jetzt kann jeder diese Ereignisse sehen und man kann sie diskutieren. Man kann auch das Gefühl haben, das wäre ein Planet oder eine Erde oder ein Mond, das darf es sein. Alles, was sich hier abzeichnet, was man hier sieht, sind die Wirkmechanismen, die die Erde in der Verarbeitung hat. Und das ist, was man hier sieht, was man hier sieht, was man hier sieht, ist die 문제가, was man hier sieht. Und das ist, was man hier sieht, warum man hier sieht. Sogar weit ist, was ich kleines deixar Tablet,